Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und zwar werde ich für euch Let's Play'n Dead Space 1. Es ist schon ein etwas älteres Spiel, aber meiner Meinung nach immer noch eines der besten Horrorspiele, die im Moment auf dem Markt sind. Teil 2 ist auch ein sehr gutes, hat aber an Horror ein bisschen nachgelassen. Und ja, ich werde jetzt direkt loslegen. Ich werde auch einfach spielen, halte mich ruhig für ein Weichei, aber ich habe das Spiel seit Release eigentlich nicht mehr gezockt. Deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, ob ich das alles hinkriege noch und so weiter und so fort. Und ja, jetzt wird gleich ein Intro geschaltet. Da wird halt das Grundlegende erklärt. Was heißt erklärt? Erklärt wird gar nicht, das erklärt das Spiel nach und nach. Aber man sieht die Hintergründe der Charaktere, was man da will. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir einen Himmel umrechnen. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäftnis, Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Iges 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckt. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns darunter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße. Sir, die Andockbruch... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hülle. Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetenfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Sind alle okay? Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich hab soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu rücken. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Ja, das war die Einleitung. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Tut mir leid. Ja, das war auf jeden Fall die Einleitung ins Spiel. Und man sieht schon, man ist da, um das Schiff zu reparieren. Und es passiert direkt Mist. Das Schiff hat eine Notlandung hinter sich. Jetzt habe ich Befehlsgewalt. Bewegen Sie sich schneller. Ich renne, bewegen Sie sich schneller. Rennen tun wir mit Schiffen. So. Alles klar. Ähm, ja. Hier ist alles relativ arsch. Ja, was ich noch sagen wollte ist, das Video wird hochgeladen auf Kanal von, auf Kanal von, 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 von der Spielepirat. Und ich werde ab jetzt, wenn's läuft, für ihn let's playen. Aber, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem let's play. Okay, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen und ich bin noch relativ nervös und ich sammle gerade irgendwelchen Müll. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. Mach ich, mach ich, mach ich. Ja, muss ich mich auch lassen. So. Ja, so. So, ähm. Ja, was kann ich noch für ein Spiel erzählen? Es ist so, wie gesagt, wir sind da, um das Schiff zu reparieren und irgendwas stimmt hier nicht. Und im Endeffekt soll man nach und nach ausführen, was nicht stimmt. Und ich bin der Techniker übrigens. Ich darf hier... Ich bin der Held des Spiels, bin der Techniker, aber, hey, völlig normal. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was ich finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht, wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac, wir bringen das Computerdisplay online. Jo, mach ich, mach ich. Ja. Jo, weiß ich. Das ist übrigens kein Blind bis zum zweiten Kapitel. Ab dem zweiten Kapitel weiß ich nicht mehr, wie ich weiterkomme. Also, bis dahin habe ich gestern schon mal gezappt gehabt. Die Aufnahme leider... Die Luft scheint wieder zu zerfablieren, wäre ja mal ein Anfang. Versaut. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Dann hauen wir mal schnell ab hier. Brenn, Isaac! Verschwinde das, Leunig! So, schnell weg hier. Es sah aus, als hätte es wehgetan. Ich muss sagen, das Spiel hat die drückende Stimmung sehr gut eingefallen. Man ist halt, läuft öfters auf schmalen Korridoren und muss auch mal ein paar Gegner erledigen. Also, es ist sehr spannend gestaltet. So, ähm, ja, erstmal alles mitnehmen, was ich finde. Oh, beim ersten Mal getroffen. Also, jede Waffe verfügt über einen alternativen Feuermodus. Den kann ich mit dem Maus dabei einstellen. Und, ja, mehr fällt mir jetzt gerade als Spielerklärung nicht ein. Ich werde erstmal alles erkunden, was ich so finde. Sammeln Sie erste Hilfepakete zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige. Sammeln Sie erste Hilfepakete zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige. Jo, das ist auch normal. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von Ihnen. Achtung! Zurück! Zurück! Hm. Das klingt nicht gut. Isaac! Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Sicher doch. Isaac! Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist! Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin! Nein, wir nicht. Aber Sie! Isaac! Wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Alles klar, kriege ich hin, kriege ich hin. So. Ja, KTM-Aufgabe ändern. Ja, das ist keine Merkung. So, ich werde erst mal speichern. Wenn euch die Speicher... die Speicher... ähm... die Speicher... die Sequenzen auf den Nerven gehen, müsst ihr was sagen. Dann überschneide ich die raus. Aber eigentlich sind sie nicht allzu lang. Das sollte euch nicht stören. Hoffe ich mal. Ja. So. Das Ziel üben wir noch. Ja. Okay, das war so nicht geplant. Weil sind Speicher schon... Mann, 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 Mann. So. Hier war Sackers. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf Ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ich werde das ganze Spiel versuchen, mit dem Cutter durchzuspielen. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstücken Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie die Gliedmaßen abschneiden, scharen Sie Munitionen und wirken zusätzlichen Schaden. Jo, das krieg ich ihn. So, dass sie sieht aus wie ein... ähm... Lüftungsschacht oder irgendwie sowas. So... Ich habe das Stase-Modul. Damit kann ich Gegner und Türen verlangsamen, damit ich durchkomme. Ich zeige mir natürlich gleich ein Beispiel. So... Das ist klar. Wieder ein Speicherstand. Ja, macht's noch dunkler. Macht's... Komm... Ich sehe auch so viel jetzt gerade. Gut, das licht mich dann. Was man auf dem Klo nicht alles findet, ne? Munition, Medipacks... ...völlig normal. Ah, Geld kriegt man auch noch. Immer schön. Da haben wir auch noch was... Ach, Treffen mit dem Nahkampf muss ich aber echt noch üben. Das ist ja mal... peinlich, 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 was ich hier gerade mache. So. Wenn Stase-Modul solltet ihr bei dem Arm-Mechanismus helfen. Jupp. Regeln wir. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir.